Ja, wir können ein Schwert schwingen, das so groß ist wie wir selbst, aber wir können hier nicht hochklettern. Logik. Willkommen zurück zu Code Wayne. Nach dem Kampf mit Mido in der letzten Folge geht's jetzt zu Silver. Ich hab jetzt noch ein bisschen gelevelt und jetzt gucken wir mal, was das Silver so macht. Ja, wieder ein Ladezunnel. Gleich betreten wir die Gruft von Silver. Oder wie man das sagt. Reines Blut. Und hier ist eine Tür, die man aufmachen kann. Es wird nicht öffnen. Lass uns einen anderen Weg finden. Höllenfeuerritter. Wie ist das Donner? Was? Ach so. Ach so. Ach, bin ich blöd. Dann muss man ja die DLCs kaufen, damit man da reinkommt. Ja, find ich jetzt nicht so toll, aber komm. Egal. Vielleicht guck ich mir die DLCs ja auch noch an. Wer weiß, wer weiß. Je nachdem, wie euch das so gefallen hat. Ist ja jetzt mein erstes Let's Play und neigt sich ja jetzt zum Ende zu. Und ich weiß auch noch gar nicht, was ich danach spielen soll. So ne kleine Ahnung hab ich schon. Aber ich weiß nicht, ob das Spiel das irgendwie gut macht als Let's Play. Weil ich da wieder sehr leise sein werde wahrscheinlich. Weil viel erzählt wird. Aber egal. Ihr werdet's ja sehen. Oder auch nicht. So. Was ist das für ein Gebucher hier? Ein Gewächshaus. Ey. Ach was. Eine Leiter zum Hochklettern. Eine Weltneuheit. Wir gehen da jetzt. Die Gründe ist abstraktiv. Aha. Was ist das? Erstmal abmisteln. Dann hier lag was, ne? Ja, genau, ja. Wir können sicherlich das nutzen. Ja, können wir nutzen. Das ist NPC Gelaber. Würden wir wirklich nicht wählen. Das ist, wo die Relics sind. Wo denn? Ich sehe einen der letzten. Ich habe gut benutzt davon. Ah, das ist ja echt krass. Median Spells. Anti langsam. Okay. Ja, für die Gegner ist es schlecht. Weil sie jetzt lassen. Oh, ich wollte es ja gar nicht. Ich wollte die hier. Ich bin schon hier, oder? Kannst du auch mal reinhauen. Ja. Krass, ich will die aushalten. Ey, das ist mit dir da oben. Komm runter. Nicht raus. Wann halt nicht. Der Hund hat mich gar nicht bemerkt. Was ist da los? Alter, 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 alter. Oh, das Schwert sieht aber gut aus. Will ich das Schwert? Vielleicht will ich es. Vielleicht probt er es. Oh, alter, der Gegner hier, ne? Na, Verlust Splitter L. Schade, ich dachte, ich kriege jetzt das Schwert Das Schwert soll irgendwo in dem Gebiet sein Wurde mir gespoilert, dass ich unbedingt haben will Anscheinend Aber ich weiss halt noch nichts davon Tja Wo geht es da hoch? Nirgends, müssen wir hier außen rum Ja, hier liegen wieder die Panzer rum Echt Als würden die was nützen gegen die Lost Ach, da geht es rüber Ah, hi, hi, hi Ich dachte, ich war hier schon Eklig, die Riesendinger, eklig Ach, da geht es runter, ja Ja, maximiert deine Efforts Alter Alter Ijo, ijo, ijo Mach keinen Scheiß, ijo Ja Purer Skill in meinem Satz Geste Eieieieiei Was ist da? Ah Giste Ich glaube, es ist etwas hinterher Keine Range mit dem Ding Schade Macht so gut Damage, aber hat halt keine Range Also ijo ist eine gute Ergänzung für meinen Kampfstil Da ich ja hier nur Nahkampf Mach da wirklich beides, ne? Ihr macht halt Nahkampf, Fernkampf Komm schon hier auf So Das sah schon besser aus Wenn der Große weg ist, ist schon kein Problem mehr Die Kleinen, die sind One-Hit Er hat auch Damage-Dealer, das darf man nicht außer Acht lassen Ja, ja, ja Grad so geschafft Ganzen Loot Titan Ist gut Vertigo Boah Der Angriff hat was Gefällt mir Ja Auf jeden Fall Müssen wir jetzt Wir kommen von Kommen wir von hier? Ne Da waren wir noch nicht Da ist noch ein Gegner Ah, hier gibt es dann noch die Map-Daten Zwei Scharfschützen hier Die nervig Da sind die Map-Daten Da, da, da Königin Titan Ich will jetzt mal das Wolfram haben Zumindest eins Ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich brauche für Stufe 10 Ich glaube, ich brauche es gar zwei Ich bin da schnell Beide, dass du nicht fallst Aha Das Bell kann also unterbrochen werden Das ist ein sehr schweres Grund Also es sieht so aus Als würde es runterbrechen Ne Ausnahmsweise mal nicht Krass, das Spiel überrascht mich immer wieder Die Hunde werden auch immer stärker irgendwie Krass, dass es unterbrochen werden kann Ich dachte, wenn ich den Den Move schon ausführe Dann sollte das eigentlich unstaubbar sein Anscheinend denkt sich das Spiel Ne Machen wir nicht Wäre zu stark Das ist nicht der beste Ort, um zu helfen Schau an das Ja, Wolfram, endlich Nice Ich werde ich jetzt aber noch nicht upgraden Da warten wir noch Bis zur nächsten Mistel Das ist ein bisschen claustrophobisch Oder bis ich sterbe Das ist nicht der beste Ort, um zu kämpfen Wenn Hunde keine One-Shots mehr sind Dann müsste ich eh fast leveln Wir können ein Schwert schwingen Das so groß ist wie wir selbst Aber wir können hier nicht hochklettern Logik Gut Hat sich erledigt Wieso baut man die Leiter dahin, wenn man hier einfach hochgehen könnte? Eos Eos Vor allem Oh, Regeneration und Erweiterungsfaktor Schön Den hauen wir uns gleich rein Bevor wir es wieder vergessen Will man nur mal in Ruhe buffen? Ne Darf man nicht Jo Ah, die hauen halt richtig stark rein, mein Mann Man sollte das erwarten In dem letzten Teil des Spiels jetzt Irgendwie Aber Ich nicht So, ich hab ja was, was? Plus neun Elfen Oh, ist ja hübsch Kannst halt nicht tragen, aber ist hübsch Plus neun vor allem Nein 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 Muss ich alles noch mal laufen Ja, weißt du Wir sehen gleich hier Weiter Ich mach grad das Upgrade Und Ja Gleich wieder da So, weiter geht's Bin jetzt noch mal zur Leiter gelaufen Ja Danke 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 für den Kommentar, Io Warum haben wir das nicht gleich gemacht? Hm Gibt's hier? Naja Gegner von oben wieder Eieiei Komm Halt Ja, Io Nicht nur blocken Komm Mach was Jetzt werden wir mit dem Titan zugeschissen Wo wir das andere brauchen Ich konnte das Schwert leider noch nicht upgraden Weil ich Dafür zweimal das Wie heißt das Zeug? Wolfram brauchen wird Ich hab nur eins Ja Nicht in den Shadows Ja, nicht in den Shadows Ah, das sind zwei krasse, ne Das ist ja Blendend Jetzt warten wir kurz, bis der Buff wieder verfügbar ist Ich werde gut benutzen Ich werde gut benutzen Blutzer anscheinend gar nicht so gut gegen die Aber die Klinge ohne Blutelement stärker Ah, mir entgeht nichts Zack, ja ohne Ohne Elemente Fin stärker Ist ja krass Haben wir so guten Blutwiderstand Also sollte ich Blut gegen die nicht mehr verbinden The more you know Ach komm, gib mir jetzt so einen Wolfram Ist ne Falle, oder? Kann man außenrum? Ne, kann man nicht Ist ja klar Reines Blut Nur nicht runterfallen Obwohl es egal gewesen wäre Weil da ist ne Leiter Äh, ja Können wir erstmal hier lang Nach unten können wir eben machen Komm, 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 komm Ach, schön Guck mal einer an Ne Mistel Mistige Mistel Level 129 Krass wie schnell es jetzt hoch geht Mein lieber Freund Ich hätte gern beschwert Ob da einfach nicht Er droppt halt einfach nicht Der droppt Ja, nochmal Kartendaten Oh Ja, aber da will ich noch gar nicht hin Ganz ehrlich Ich gucke jetzt zuerst Ob ich da hinten was verpasst hab Da, wo ich hätte runterspringen sollen können Müssen Drüben war ich schon Hab den Blut vergessen Aber er wird schon nicht so wichtig sein Okay, okay Den da oben zuerst So, mein lieber Freund Mein lieber Freund Ich hoffe hier gibt's jetzt was Gutes So ein Wolfram vielleicht Oder ein neues Schwert Ich glaube, die droppten das einfach nicht Ich glaube, die droppten das einfach nicht Waren wir hier nicht schon mal? Ne Sieht einfach nur ähnlich aus Ja Gut, 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 gut Komm hoch, ich seh dich Die ratten überall hier Wir können sicherlich dieses Solider Verlust Grr Ristall wahrscheinlich Ja, dann war das ja hier nicht so Schade Ich dachte, hier gibt's mehr Vor dem Boss noch Und das war's auch schon für diese Folge Wenn dir das Video gefallen hat Und du keine Folge mehr verpassen möchtest Abonnier gerne meinen Kanal Falls du das noch nicht gemacht hast Oder lass mir ein Like da Oder schau dir auch gerne Eins der vorgeschlagenen Videos an Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme